Servus, mein Name ist Pat. Ich bin 30 Jahre alt und arbeite seit drei Jahren in einem Softwareunternehmen als Rollout Manager. Ich spiele leidenschaftlich gern Fußball und das seit 25 Jahren. Leider musste ich mich im Oktober letzten Jahres einer Schulteroperation unterziehen und verlor dadurch den Stammblatz in meinem Fußballteam. Jetzt versuche ich durch die Marc-André-Testegen-Journey und Freeletics diesen Stammblatz wieder zurück zu erobern. Ich bin voll motiviert, meine Ziele zu erreichen und mit Freeletics voll durchzustarten. Woche 6 ist beendet. Ich fühle mich immer noch super, bin immer noch voll motiviert. Ich muss mich eingestehen, ich habe leichte Probleme, die Nutrition-App durchzuziehen. Ich bin aber immer mit einem Auge drauf, das Ganze so umzusetzen, wie der Ernährungscoach das Ganze vorgibt. Die zwölf harten Wochen sind vorbei. Mein Fazit, ein absoluter Wahnsinn. Ich habe mir als Ziel gesetzt, fitter zu werden und Gewicht zu verlieren. Aktuell misst die Waage 103 Kilo. Ein Gewichtsverlust von 16 Kilo. Ein absoluter Wahnsinn. Die Freeletics-App kann ich nur jedem ans Herz legen, da man selbstständig und unabhängig von irgendwelchen Räumlichkeiten trainieren kann. Im Ganzen möchte ich mich noch bei meinem Trainer Chris, bei meinem Team Team Simbach und bei der kompletten Freeletics-Familie bedanken. Ich wünsche euch alles Gute und auch für mich wird es weitergehen. Bis zum nächsten Mal.